hi leute und herzlich willkommen zum minecraft survival wir spielen jetzt weiter wir sind jetzt hier in mehrspieler modus und haben uns gedacht damit wir keine zeit vergeuden weil wie gesagt wir haben ja nur 20 minuten ja haben wir uns gedacht wir reden jetzt mal kurz die mine ist nämlich dabei gehört dazu ist klar ist ja unser let's play von da aus ja dann legen wir mal und rein mit uns so sie wird generieren und da sind wir und da ist die wunderschöne mine und wir gehen gleich mal pennen auch hier die ganzen zombies und uns an der baggern ja ne woher man achte die ganzen zombies und creeper keine ahnung an der baggern machen wir nämlich jetzt mal pennen so dann bauen wir jetzt mal das bett ab hatten wir hatten genug holz ist das ist das hast du hast du steinschwert nein alles alles bei mir gut pass mal auf dann mache ich dir jetzt mal irgendein steinschwert so hier da hast du ein steinschwert hier mal noch händchen was hast du alles am essen ich habe nur eingepartene sammel kriegst du noch das ja alles von mir das ein bisschen was ein esser hast okay gut da vorne liegt ein apfel den immer gleich mit ja den dinger bräunig gut dann baue ich jetzt eben meine was brauche wie geht das zwei eben meine schwarz steine ne hochsteine danke ich war gar das am lesen ach tschuldigung sorry war es wichtig ja ich wollte eigentlich wissen wie ich ein wie heißt steinhacke mag ähm du tust also wenn du kraft ist hier auf dem crafting table machst du ähm das war von never more das ist kein crafting table das ist ein ofen ach gott ich habe hier zwei crafting table ja einer war mir so wie gesagt crafting table hier ja gehst du drauf dann hast du in der mitte du hast wie über diese dinge also in der mitte setzt du zwei stöcke übereinander okay und oben am rand tust du drei steine machen hab ich nicht dann hast du das hier und dann bekommst du das da für mich ja logisch das ist aber nett gell dankeschön ich hab meinen sozialen tag heute ach so ja okay komm dann lass uns mal weiter gehen ähm ja wo soll man herkommen soll man ein bisschen schwimmen ja ne wir brauchen noch ein bisschen dann lass mich in ruhe jetzt andauernd sammle dich diese dinge da wir brauchen noch mehr essen mal vielleicht wo bist du dann komm schon hoch oh ja vielleicht ein bisschen am dorf suchen oder sowas vielleicht rüstung ein paar ähm kühe schlafen legen für leder das drückst du aber nett aus ja ne gucken ja auch hoffe ich ein paar kinder deswegen dann bleib ich lieber brav deswegen das ist ein schwarzes schaf also einmal die mine ey ich hab Pilze sind die gut ähm weiß ich nicht wer schmecke man kann Pilze so gut machen neues rezept Pilze ja wo hast denn du Pilze von hier unten wir lassen uns mal weiter höher gehen in die höheren lagen hier hoch mal gucken was da oben so ist ja wie gesagt wir haben nämlich nur 20 Minuten ja ne und ich will mich aber ein kleines inbuddeln ja warte warte pass auf pass auf pass auf die stacheln kann man die essen ja glaub schon ne kann man nicht aber irgendwas kann man ja kann man irgendwas machen ähm warte mal da unten ist auch nichts wie lange hat man jetzt gequatscht ich glaub drei Minute ne also bis 24 dürfen wir aufnehmen na egal jetzt so so krass also bitte ne ne 20 Minuten das müssen wir einhalten wir machen bis 20 und fertig so das nächste Mal wir sollten mal gleich auf uns selber ähm ja wir müssen anscheinend irgendwo mal hin hier ist gar nichts außer Wasser ja das ist ein Problem das machen wir jetzt ist eine bescheuerte Insel lasst uns schwimmen geht schneller ja da hinten ist noch wir schwimmen auf die andere Insel wieder zurück wo bist denn du guck mal im Wasser ja super hier hinten auf der Insel siehst du mal hier nö ja da kann ich dir auch nicht helfen ich bin mal wieder weg wie immer also wie gesagt ich bin hier da wo da wo bei dir Strand ist und dann da hinten bin die komplett an der Richtung ich komm kann schon derzeit schon mal weitermachen mhm hier hinter mir drehen wir um ja ich will aber erst mal um das andere Ufer ja warum gehst du jetzt wieder zurück das wir sind von der an du bist zurückgegangen ne doch nein da drüben waren wir sicher nein ja bin doch gerade hierher geschwungen ne wir waren echt dort drübe so weit bin ich nämlich noch nicht geschwungen und ich bin die komplett andere Richtung geschwungen hallo Schüldi also ich meine ich bin von hier gekommen ja gerade über das Wasser geschwungen ja habe ich mich jetzt aus dem Sinn selbst teleportiert obwohl ich dich durchher teleportieren wollte du hast dich teleportiert aber warum ich hab doch deinen Namen eingeben keine Ahnung aber hier definitiv bist du falsch keine Lust mit dir rumzulaufen hm lauf mal alleine um hm lauf mal hm lauf mal ja da die mini Alexa alleine rumlaufen dann sage ich mal willkommen bei meinem let's play ja du bist doch irgendwo im Nirgendwo ne Späßchen Späßchen teleportier dich zu mir und dann ich habe gerade eine Kuh schlafen gelegt ja noch mehr Kühe da ist noch einer schön Haier gehen toll kein Leder ah noch eine Kuh die Kuh die Kuh ist immer gut zwei Leder ok da unten Schluss da will ich ein paar Blöcke ja hätte ich wo bist denn du eigentlich ich für es habe ich schon ein paar Möcke was hm witzig hm witzig ja keine Ahnung wenn ich jetzt nicht mehr gleichwohl bin ja ich finde schon umfalls komisch zu dir ja das würde ich jetzt lassen warum weil ich hier gerade über eine Klippe hier ein bisschen rumspiele ich würde aber auch nicht zu mir kommen am besten weil ich miche tut warum dann fallte nämlich ins nirgendwo was war ich mich tief ohne Wind ach so ja auch eine da kriegt man ja wow ein Eisenblock habe ich also Aero Eisen doch so viel ja gell dafür habe ich jetzt ach wie heißen die Dinger ja ja die habe ich auch dann 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 so oh ich muss was food dann ja das müsste ich haben so das mache ich da hoch ja das mit dem Schwertbuddeln kommt nicht gut nö nicht wirklich ne ähm ja wir teilen uns ab und zu mal auf ja weil mir doch einfach mal die Sache fällt nö wir haben ja gesagt wir benutzen ansonsten keine Cheats außer diesen Teleportationscheats aber auch nur dann wenn wir zueinander finden wollen und dann aber auch nur wenn der andere gerade in sicherheit ist und man weiß es kann nichts passieren genau ja also weil die ganze eine stunde lang einsuchen hat man nämlich dann auch gar nicht wirklich ne weil ich bin andauernd weg also ich bin ja jetzt auch schon unter tage deswegen ah ok ja ich bin nur eine klippe rein wenn du hatte gerade einen da hab gedacht da finde ich ein bisschen merk im Eisen aber war dann doch nur ein kleines Eisenstück ja ich bin jetzt auch in so ne klippe drin aber was hab ich denn bis jetzt gefunden Moment Roheisen wie viele 2 2 3 das bringt nix pro Kupfer hab ich 34 ah d ja ich will nicht herausgefunden was man damit machen kann wenn jemand 2 ist könnt ihr ja mal Komi machen genau macht mal ein kommentar was also ich hab herausgefunden dass man damit ein Blitzableiter machen kann das wäre da ja aber nur ein Blitzableiter ist ja auch blöd ja warte mal up das nicht das nicht wo ist ja also auf jeden Fall kann man damit ein Blitzableiter machen das hatte ich irgendwo erforscht keine Ahnung weißt wo ja aber was genau noch keine Ahnung ich hab keine Ahnung könnt ihr ja wie gesagt wenn ihr das wisst in die Kommentare schreiben genau dass wir da Bescheid wissen vielleicht sind wir dann ein tic schlauer als jetzt ja ne das wär nett sehr nett wie gesagt ihr könnt euch einbringen wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Sachen wisst dann ja Bescheid sagen wir spielen auf dem Vanilla Server haben jetzt keinen großen Mod oder keine Ahnung weil wir jetzt auch von so großen Server Einrichtungen und keine Ahnung bla 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 keine Ahnung so großartig haben wir werden uns je mehr Abonnenten je höher krasser das wird mit YouTube je mehr werden wir uns informieren und aber wenn du schon das Wort Abonnent erwähnt ne herzlich willkommen in unserer Community genau wir haben ja jetzt 11 Abonnenten für das neue Abonnenten dann bedanken wir uns schon mal und herzlich willkommen bei uns und hoffe dir gefallen die Videos ja dir oder ja ja er oder sie kommt immer noch von er hat sie keine Ahnung sag mal hier ist aber gar nicht das war mein Hund das war mein Hund so normal der hat ein Dachschaden aber welcher Hund hat das nicht gewöhnt euch strahlen der kriegt mehr die Videos wie die Kinder ok wenn es überhaupt gehört haben sagen wir es mal so mh wenn ich werde das irgendwann hören genau hack 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 so ok op wenn du mal was gescheitest du oh oh lava oh ich war ich schweig schweig grad schon doch von das war schon ich muss hier gradue machen ja ich muss hier grad mal upp da estát Angular Gott Autof habe ich nicht mit Auf athletics rein Co Jupp, das war klar. Ähm, das da... Ah, leuchte mir mal aus, dass ich hier was sehe. Ah, ich hab irgendwie Schiss, dass so klein was um die Ecke kommt. Trau der Sache, Donett. Oh, was ist denn... Oh, was ist denn... Nein, ich hab keinen Hänger. Ja, das hat sich grad so angehört, so... Bin jetzt Video? Ich spinne. Kommt das vor. Oh, ob das nicht so gefährlich der Ome ist? Ist das... Was ist denn das? Ähm, ah, okay. Da ist ein bisschen Sicherheit. Äh, ja... Kann mir was passieren, wenn ich mich endlich teleportiere, oder nicht? Nee. So, dann gucke, komm, ich mal gucken. Ja, bitte, weil ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, ich mach das jetzt auch richtig. Wenn nicht, werdet ihr gleich lachen, dann hab ich nämlich die Mine zu mir teleportiert. Äh, ich bin bei der... Was ist denn du hier? Ja, keine Ahnung. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Was ist denn das? Amethystblock. Ich hab keine Ahnung. Das ist aber neu. Ich weiß nicht, ob das, äh, was wir damit machen können. Ja. Keine Ahnung, Amethysten. Warte, aber du hast mir das geklaut, du Kasper-Clown. Schau in dein Rezeptbuch. Ja, witzig. Okay, hm. So, ein neues Rezept verfügbar. Schau in dein Rezeptbuch. Okay, was haben wir jetzt da neu? Das nicht. Das auch nicht. Bestimmt beim Craften oder sowas. Im Crafting-Table, vor allem was da. Das Ding ist jetzt aufgesammelt. Nee, scheiße. Was ist das? Ach, ein Fernrohr kannst du damit machen. Mit zwei Kupferwaren und einem Amethyst kannst du ein Fernrohr machen. Was kann man mit den Scherben machen? Also Scherben. Wahrscheinlich. Also ich hab da, ähm, Scherben noch dabei. Was, Scherben noch dabei? Ja, wenn du hier jetzt zum Beispiel guckst. Amethyst-Scherbe, ja, das ist das. Da oben. Guck, der da oben. Ja, ja, das sind die, die Mäntische. Ah, okay. Ja, ist klar. Äh. Das scheint neu zu sein. Wie gesagt, wir spielen die 1.18. Wir kennen sie selbst noch nicht genau. Das ist neu. Vorher kannten wir uns gut aus. Ja, aber das ist was für die Frage. Von wo kommst du? Von ganz oben. Wo kommst du nämlich hoch? Du bist ja aber geil. Okay. Und bestimmt versuch ich irgendwo doch zu buddeln. Und hoch zu buddeln wieder. Na, wir müssen gleich aufhören, ne? Joa, ne? Fall nicht in die Lara oder irgendwo. Was für eine Lara? Falls Lava kommen sollte. Ach, hochsteig. Das meinte ich. Hey, so warte, komm her. Wie viel Eisen hast du denn? Wo bist du denn jetzt schon wieder? Schon wieder weg? Ich hab mich da. Hier. Hinter dir. Was wolltest du wissen? Wie viel Eisen ich habe? Jetzt tun wir erstmal ein bisschen ausleuchten. Das war nachher nicht geil. Das ist schön romantisch hier, oder? Ja, Leute. Dass wir hier nicht sterben sollten, weil wir müssen hier gleich raus. Da kannst du mal ein Foto machen. Ja, ne? Warte mal, da muss ich mal ein bisschen mehr ausleuchten. Ähm, hier oben. Da noch. Das sieht geil aus. Da noch. Mach ich bei mir jetzt mal mein Ding weg. Das ist halt weg. Käpt'n. Und cheese. Geht nicht. Hallo. Warum geht nicht? Tugst du dich irgendwas? Ach so. Kann nicht gehen, weil ich den Hand aus hab. Sehe ich das nicht. Aber jetzt hab ich zwei Fotos gemacht. Egal. Ja. Ja, okay. Ah, Mist. Schnell noch. Hier, schmeißt du mal schnell noch da? Nein, das hast du jetzt gemacht. Egal. Was Eisen rein? Schmeißt schnell noch das Eisen rein. Hab ich. Gut. Wie hast du drin? Drei. Wow. Ja, sehr viel. Müssen wir hier rein. Keine Ahnung, vielleicht finden wir hier noch irgendwas schnell. Vergiss es, vergiss es, dass es gut sind. Hör auf, bevor du irgendwie ein Zombie-Loch öffnest. Ich erschieß dich gleich. Ich mach doch nichts, ich gucke. Wir müssen vom Server, mein Schatz. Ja. Feierabend. Nein. Ja, beim Bindung trennen. Schade. Schade. Genau. Und das glück hier nicht vergessen, dass wir auch hier immer schön wissen, wann es weitergeht. Und ja, das war's von uns. Einen schönen restlichen Tag. Genau. Abend, was auch immer. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.